Hallo und jetzt willkommen zu Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf Fancast. Wir haben einiges zu besprechen diese Woche und wir besprechen eigentlich die letzten zwei Wochen. Es war so ein bisschen auf und ab und man hat so ein bisschen die verschiedensten Gefühle gehabt. Dies wollen wir in der heutigen Ausgabe besprechen. Das mache ich, der Wampendribbler, der Mo natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder eine Ikone an meiner Seite. Das ist nämlich unser Lieblings-Kohorst und natürlich auch, keine Ahnung, was du auch noch alles bist, aber moin Micha, moin. Ja, stimmt, du bist noch Dutch Ransky 8, ich habe den Twitter-Einblick gar nicht rausgegeben. Der findet uns auch auf Twitter als Megafon 95. Dort könnt ihr uns auch gerne mal anschreiben, Feedback geben. Wir freuen uns sehr. So, kommen wir zu den Transfers. Es war ja der Deadline-Day. Und am Ende ist halt nichts passiert. Wir haben Gottgang Gül an wen in Wiesbaden ausgeliehen. Dumann wechselt zu Dortmund 2. Tom Deters wurde für die zweite geholt und ist natürlich unser neuer Königstransfer David Kovnacki, der aus dem Poregino kommt, der das größte polnische Talent seit Robert Lewandowski sein soll. Der selbst aber von sich behauptet, nee, ich will gar nicht Lewandowski sein, ich will David Kovnacki sein. Da war jetzt der Medizin-Check da, hat jetzt einmal mittrainiert, einmal eine Fitness-Einheit mitgemacht, war jetzt in Sinsheim nicht dabei. Micha, was weißt du über den, was kannst du ihnen über uns sagen, wie findest du den Transfer? Ja, ich finde den Transfer super. Ich würde eigentlich behaupten, der ist, sage ich mal, eigentlich ein Regal über dem, was Fortuna normalerweise hat oder normalerweise verpflichten kann. Eigentlich müsste Kovnacki jetzt der beste Spieler im Kader sein, zumindest theoretisch. Ob er es dann auch auf den Platz kriegt, ist natürlich dann wieder was anderes. Also der marktwert höchste Spieler ist er auf jeden Fall. Ich glaube, irgendwas zwischen 8 und 9 Millionen wird da taxiert. Und Fortuna soll ja irgendwie 300.000 Euro Legge bezahlen und dann irgendwie eine verpflichtende Kaufoption haben für irgendwas zwischen 8 und 12 Millionen. Da kann man auch nur spekulieren. Genau, Details haben wir da jetzt auch nicht zu. Ja, ich finde halt krass, was für ein krasser Unterschied da ist, dass man einige Medien behaupten, das wären dann 5 Millionen Kaufoptionen, andere 12 Millionen. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Ja, eigentlich ein Spieler, der zu gut ist für Fortuna, aber jetzt muss er es halt auf den Platz bringen und auch zeigen, dass er halt wirklich so gut ist wie sein Name. Und ja, der hat auch bei der WM jetzt mitgespielt, hat da eher linker Flügelspieler gespielt, aber ich glaube, bei Fortuna wird er dann schön im Sturm spielen und wird auch einige Tore schießen. Er kann auf jeden Fall alle Positionen begleiten, links, rechts, Mitte. Er kann auch im Sturm spielen, also offensiv im Mittelfeld ist mit Mitte gemeint. Also da kann er ein Spiel, der ich jetzt in der politischen Nationalmannschaft vor der WM eher im offensiv Mittelfeld gespielt. Das hat er auch in der Jugend eher gemacht. Jetzt hat er bei der WM auf links gespielt. Er ist auf jeden Fall jung, er ist schnell, er ist glaube ich mit 1,85 groß, ist auch ein kräftiger Junge. Der kann sich durchsetzen auf jeden Fall und ich verspreche mir auf jeden Fall viel von ihm. Jetzt ist natürlich die Frage, wem kann man diesen Transfer zuschreiben? Kann man dem Lutz Fannstil zuschreiben? Ist das eher ein Ding von unserem Präsidenten oder ist das eher ein Friedhelm Funkel Call? Ich glaube auf gar keinen Fall, dass das ein Friedhelm Funkel Call ist. Friedhelm Funkel wollte einfach wahrscheinlich nur noch einen Stürmer haben. Es wirkt so, als wäre es ein Pfannenstil-Transfer gewesen. Zumindest war er bei dem Vorstellungsvideo sehr prominent dabei. Deswegen denke ich mal, dass er das eingetütet hat. Das sage ich mal, das ist eine Etage höher, als eigentlich Fortuna sonst einkauft. Die Frage ist dann natürlich, ob er länger bleibt als jetzt nur die Laie. Also ob man dann die Kaufoption stemmen kann. Oder ob er uns jetzt nur ein halbes Jahr beglückt und wie gut er dann einschlägt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man, wenn man in der ersten Liga bleibt, dass man diese Staturle vielleicht rangeht, neue Gelder hat und damit dann den Transfer ermöglicht. Was hältst du von der neuen Verleihstrategie von Talenten, die die Fortuna jetzt seit ein paar Wochen an den Tag legt? Du hast viele Talente verliehen, unter anderem Gül. Ja, dass man jetzt Gül verliehen hat, finde ich eigentlich ganz okay. Ich finde halt schade, dass man Duman verkauft hat. Den hätte man meiner Ansicht nach auch nochmal verleihen können. Aber dem hat man, glaube ich, nicht zugetraut, dass er den Sprung in die erste Mannschaft schafft. Also ist er bei Dortmund 2 nur da, um in der Regionalliga festzuhelfen? Ja, ich weiß nicht, warum er jetzt ausgerechnet zu Dortmund 2 gewechselt ist. Ich glaube aber nicht, dass die den als Option für die erste Mannschaft haben, sondern dass er da ein bisschen aushelfen soll. Dass man dann, man hat ja eigentlich auch noch nach einem Live-Verein für Lovren gesucht, aber da hat man anscheinend keinen gefunden. Und ja, ich finde es halt gut, dass man, wenn man Talente hat, dass man die dann nochmal ausleiht, anstatt die so zu verkaufen wie jetzt zum Beispiel den Okoye, den man jetzt nach Istanbul, nach Fenerbahce Istanbul verkauft hat. Den hätte man eigentlich auch irgendwie in die zweite oder dritte Liga mal verleihen können. Ich glaube, das war Besiktasch, aber es ist auch vollkommen egal gegen die Türkei. Gucken wir mal, ob die Talente rauskommen und ob Friedhelm Funkel, der mit den Spielern, die zurückkommen, nächstes Jahr auch dann was anfangen kann. So, die News aus dem Weg starten wir jetzt mit dem Spiel gegen Raber Leipzig. Micha, wir spielten einen 4-5-1, 4-3-3, war aber eigentlich alles scheißegal, weil wir das Spiel 4-0 verloren haben. Ja, man hat halt vor dem Spiel schon gewusst, wenn man einmal gegen Leipzig zurückliegt, dann wird das wahrscheinlich nichts mehr, weil die zu gut defensiv stehen. Und ja, dann machen die nach, glaube ich, eineinhalb Minuten das 1-0 und mit dem Wissen, dass Leipzig eigentlich, wenn sie mal führen, selten ein Spiel aus der Hand gegeben haben und dann man sich praktisch so ein Ding einschenkt nach zwei Minuten. Ja, du verpennst halt irgendwie gefühlt die erste Viertelstunde oder sagen wir 16 Minuten, 17 Minuten, wenn du willst, liegst dann 3-0 hinten. Das 1-0 fällt halt durch viel Druck im 16er und dann macht Rensing halt den Fehler und dann kullert das Ball irgendwie rein. Beim 0-2 in der 10. Minute kann der Stürmer halt durchlaufen und macht das Ding halt mithilfe des Pfostens da. Wer auch immer da verteidigt hat, war einfach nicht schnell genug, nicht wach genug, wie auch immer. Die Beweglichkeit fehlte, das sag ich immer gerne. Und dann macht Paulsen halt das Ding, wo du sagst, jetzt ist der Sack aber schon nach einer Viertelstunde dicht. Dann macht Leimer noch das 4-0, Rensing lässt den Ball klatschen, sieht auch nicht ganz souverän aus, aber naja und Leimer schiebt den dann ein. So, Fortuna hat nicht, wir haben auch ein paar offensive Aktionen gehabt, aber das war jetzt nicht so, dass du das Gefühl hättest, Fortuna kann da jetzt nochmal irgendwie was reißen, so richtig gefährlich. Wohl es halt da nicht. Ja, das ist halt, wenn man nach 16 Minuten 3-0 hinten liegt, dann kann das eigentlich auch nichts mehr werden, so. Weil wenn das was wird, dann wird das ein Jahrhundertspiel und das Traurige ist, das ist noch nicht mal der schlimmste Beginn in letzter Zeit, beziehungsweise in den letzten Jahren, weil da gab es ja noch das Spiel gegen Dynamo Dresden, da lag man glaube ich nach 14 Minuten schon 3-0 hinten. Anscheinend hat Fortuna dafür ein Talent, dass es mal komplett dann in die Hose geht von Anfang an. Und ja, wie soll ich sagen, das war halt so ein Spiel, eigentlich, ich sag mal so, eigentlich wie gegen Augsburg, da hat man ja auch die ersten Viertelstunde komplett verpennt, nur gegen Augsburg war es dann so, dass der Augsburger dann halt nur den Pfosten trifft und der Ball dann nicht reingeht. Und hier war es dann so, dass der Ball zum 2-0 dann gegen den Pfosten geht und dann doch noch reintrudelt. Und ja, dann geht das alles, sag ich mal, halt in die Hose und in der Hinrunde habe ich irgendwann, die Leute wissen ja, dass ich kein großer Fan vom Rensing bin, aber in der Hinrunde habe ich halt noch gesagt, Rensing macht zwar keine Fehler, aber er macht auch nichts wirklich gut. Und das ist halt immer meine Meinung zum Rensing gewesen und mittlerweile macht er halt auch noch Fehler dazu oder hat er in dem Spiel halt Fehler gemacht. Wir sehen das ja auch jetzt im nächsten Spiel gegen die TSG 80-99 aus Hoffenheim, da war man, ja, da war Rensing auch jetzt nicht so, klar, er hat keinen großen Fehler gemacht, er hat irgendwie kein Tor reingelassen, aber ich hatte nicht das Gefühl, er wirkt souverän. So, jetzt könnte man die Frage stellen, haben wir ein Torwartproblem, Micha? Ja, Wolf ist verletzt, Wiesner ist verletzt, man hat Jaroslav Drobny geholt, die anderen jungen Torleute haben dann scheinbar da keine Chance, zumindest nicht bei Friedhelm Funkel oder unserem Torwarttrainer, sodass man sich genötigt fühlte, noch Jaroslav Drobny zu holen. Einmal, er ist ein erfahrener Mann, er bringt geile Moral ins Team und er wird sich danach wahrscheinlich weiter bei Fortuna engagieren, aber haben wir wirklich dieses Torproblem, haben wir keine guten Jugendkeeper, die da die Position füllen könnten? Dann ist Michael Rensing doch besser, als wir zwei ihn öfter machten. Bevor du dein Feedback gibst, könnt ihr ja mal eure Meinung dazu gerne in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail schicken an projektmegafonpodcast.com oder auch gerne unter der Folge mit uns in unserer Megafon95-Gruppe auf Facebook diskutieren. Ja, ich finde halt, wie soll ich sagen, das sind dann so Sachen, jetzt gegen Hoffenheim in dem Spiel hat er halt einen Ball gut gehalten, wo man halt live gesehen hat, boah, den hat er gut gehalten und in der Wiederholung siehst du, der muss den halten, weil wenn er den nicht hält, dann ist es kein Erst- oder Zweitligatorwart. Das war dann so ein Ding, das sah dann in der Geschwindigkeit besser oder schwerer aus, als es dann wirklich war und ja, wie soll ich sagen, das ist so, ich mag halt irgendwie die Spielweise nicht, dass er, dass er dann, wie auch schon gegen Augsburg, als der Ball dann, als er den Ball hält, aber der schon hinter der Linie war, weil er dann immer mit dem Unterarm hingeht, wo ich mir denke, geh doch mit den Fingern oder mit der Hand dran, dann wird das vielleicht eher was. Und das war auch so bei dem, bei dem 4-0 gegen Leipzig, wo der dann den Ball praktisch wie so ein Volleyballspieler einfach wieder ins Feld, mit dem Unterarm so wieder ins Feld haut und statt den einfach mit der, mit den Fingern so über die Finger gleiten zu lassen, um den dann zur Ecke zu klären. Aber das kann, das kann der Rensing halt irgendwie, der hat sich das... weiß ich nicht, so unbeholfen aus bei ihm und ja, es gibt Gründe, warum er irgendwie sich in der Abstiegs- bis Zweitligaregion bewegt. Sprechen wir nicht weiter über Michael Rensing, sprechen wir über unseren Unentschieden gegen die TSG aus Hoffenheim, was sich so ein bisschen anfühlt wie, ja, keine Ahnung, man ist froh über den Punkt, wenn man vor der Saison mir gesagt hätte, du holst vier Punkte gegen Hoffenheim in der Saison, dann hätte ich gesagt, das schreibe ich dir. Aber irgendwie, klar, du spielst, ähm, 5-3-2, manchmal auch 3-5-2, obwohl unsere Außenspieler eher gegen Ende des Spiels weiter vorne waren. Ähm, man hatte aber grundsätzlich kein Tempo im Spiel, das kam dann erst so ein bisschen rein, als, äh, Dodi Okobakio eingewechselt worden ist. Ansonsten war's alles sehr statisch, sehr langsam. Hoffenheim, die wussten auch irgendwie, ja, keine Ahnung, nicht wie die uns handhaben sollen. Dann, ja, Hoffenheim macht einen Elfmeter-Botzek, der lässt den Arm so ein bisschen zu lange, ähm, da. Man kann auch behaupten, der Spieler linkt sich rein, scheißegal, sieht unglücklich aus. Es ist wieder so ein, so ein, so ein Botzek-Ding, wo ich mir in den Kopf packe und sage, warum spielt der eigentlich? Der ist langsam, der macht zwar zwischendurch mal ein guten, guten taktisches Ding, aber, weiß ich nicht. Ich hab den vor ein paar Wochen, glaub ich, sogar noch gelobt, aber es fällt mir jetzt in diesem Spiel, ist mir wieder aufgefallen, langsam, er kommt dem Spieler nicht hinterher, ähm, er tizipiert die Bälle falsch, er macht unnötige Foulspiele, er hat den Elfmeter verursacht, ob der jetzt richtig war oder nicht, keine Ahnung, irgendwie gefällt er mir nicht. Wir haben andere junge, gute Spieler, die da reinfallen würden. Warum liebt Friedhelm Funkelin? Ja, weil es halt, sag ich mal, so ein Kämpfertyp ist. Gegen, gegen Leipzig habe ich auf der Tribüne noch gesagt, ja, dem Spiel wird ein Botzek guttun, der den Leipzigern auch mal, der denen mal, glaube ich, sag ich mal, auf die Knochen geht, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber, ja, für mich war es, für mich war es halt ein Elfmeter, weil, wenn man so doof ist und den Spieler, ich meine, dass er den Spieler dann kurz festhält, festhält, ist ja okay, aber, dass er ihn halt nicht mehr loslässt, bis der Spieler dann denkt, ja, okay, wenn du mich nicht loslässt, dann lasse ich mich halt fallen und dementsprechend war es für mich ein klarer Elfer und, man könnte auch sagen, man könnte auch behaupten, ich habe das eben gelesen vor der Aufnahme, Rensing war einfach nicht schnell genug draußen, er war einfach zu langsam. Na, ich sag mal so, der, der Hoffenheimer Spieler hat sich den Ball halt am Botzek vorbeigelegt und, ja, der Botzek hat den halt festgehalten, hätte der den, äh, sag ich mal, man kann den ja ein bisschen stören oder kurz festhalten, aber der hat den ja gar nicht mehr losgelassen und, ja, ich sag mal so, hätte er, wäre der Hoffenheimer Spieler dann an den Ball gekommen, dann wäre ja Rensing schon, sag ich mal, hätte er gut den Willinko schon verkürzt gehabt, aber das war dann auch so, ja, so ein unnötiges Ding vom Botzek und dann beim Elfmeter, dann sah Rensing auch irgendwie unglücklich aus, was eigentlich schon eine Kunst ist, bei einem Elfmeter als Torwart unglücklich auszusehen, weil der, weil der eigentlich weder, weder irgendwie gesprungen ist noch, der hat halt einen Sprung, der hat halt einen Schritt nach rechts gemacht und dann war alles nach links gegangen. Ja, aber der war auch nicht gut geschossen, der Elfmeter, das war eine echt Kackkugel. Und der Rensing macht halt, der macht halt den Schritt nach rechts, ähm, obwohl der irgendwie im Schuss schon sieht, dabei fliegt er nach links, weil der Krammeritsch halt in die andere Ecke schießt, wo er sonst hinschießt. Ähm, ja, scheißegal, wir machen in der 47. noch das 1 zu 1, äh, blablabla, das 1 zu 1 durch, äh, super Job von ihm, nur irgendwie hat er noch 2, 3 andere hundertprozentige Chancen komplett vergeben in diesem Spiel. Ja, der hatte direkt am Anfang eine gute Chance, wo er eigentlich durch war und dann, und dann Baumann den, und dann Baumann den gut mit dem Fuß klärt. Ja, aber der muss den nur tunneln, wenn er den ein bisschen zentraler trifft, den Ball, ein bisschen zentraler spielt, dann geht der Ball rein. Aber der will den an ihm vorbeilegen und dann ist der Baumann halt gut genug. Der gehört für mich mindestens zu den Top 4 der Liga an Keepern. Ich finde gut, dass Hennings sein Tor gemacht hat. Ähm, der Hoffenheimer Verteidiger, der bei ihm stand, war, glaube ich, noch in der Pause, weil Hennings musste gefühlt nicht mal hochspringen, um das Kopfballduell zu gewinnen. Und, ähm, ja, Hennings hätte auch noch locker ein zweites Tor machen können, weil er seine 3-4 Chancen hatte. Und ja, ich habe die Hoffnung, dass unser neuer Stürmer dann, sage ich mal, so Chancen auch dann nutzt. Aber das wird sich noch zeigen. Wenn er denn spielt, ich habe Angst, dass der Funkel sagt, ne, das ist 21, der spielt nicht. Oder es ist ein Spieler, den ich nicht wollte, den ihr geholt habt, der spielt nicht. Ich habe beim Funkel echt so Angst, manchmal ein bisschen, weil er auch manchmal für mich nicht richtig taktisch agiert. Ist das egal, sprechen wir an anderer Stelle nochmal drüber. Äh, Dudu Luka Bakke kämpft für Dux, da kam Tempo in die Partie, kam an den Kampf für Hennings meiner Meinung nach zu spät. Hennings wirkte, äh, spätestens ab der 75 Minute überspielt, konnte kaum noch Druck an den Ball bringen. Obwohl Karamann war auch nicht wirklich auffällig, aber ich hatte das Gefühl gehabt, man hat die Formation ein bisschen verändert. Oder Karamann hat die zweite Spitze hängender interpretiert, weil der war nicht mit vorne immer mit drin, sondern hat eher den Ball dann auf den Flügel gelegt, in die Spitze geschoben oder die Verlagerung angestrebt. Er war eher offensiver Mittelfeldspieler als Stürmer. So, ja, dann kam am Ende noch Bohmuth für Stürger, komplett unnötig. Man wollte ein bisschen Uhr von der Zeit nehmen und, ähm, ja, keine Ahnung. Ich hätte gerne noch einen, äh, Usami vielleicht gesehen, auch um die 70ste rum, vielleicht in der 75sten, der ein bisschen mehr Tempo noch mal reinbringt, aber Usami ist halt nicht der Spieler, wo der Funkel sagt, dem jetzigen Sturmzentrum, der, oder ins Mittelfeld, der kann da auch Tempo rausbringen. Generell, meiner Meinung nach, waren wir einfach zu langsam in diesem Spiel und hätten mit ein bisschen mehr Tempo, einen Spieler mehr, der mehr Tempo kann, hätten wir, äh, da vielleicht noch ein Tor erzwingen können. Micha, kurz mal deine, äh, Bewertung des Spiels. Ja, Fortuna hatte halt gut angefangen in der ersten Halbzeit, gut angefangen in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, zwischen drin hat dann Hoffenheim, nach dem Elfmetertor hat Hoffenheim sich, sag ich mal, ins Spiel gekämpft und auch die Dominanz da dann, äh, zu sich geholt. Und, ja, gegen Ende hin hat Fortuna noch mal den Druck erhöht, also dann hat es aber nicht mehr für ein Tor gereicht und ich weiß gar nicht, ob ich mir jetzt denke, so, ja, ein Punkt gegen Hoffenheim ist eigentlich okay, ist meiner Meinung nach auch verdient, aber mit einem bisschen Glück hätte man vielleicht auch drei Punkte holen können, aber das Glück hatte man, glaube ich, im Hinspiel dann. Ja, du hast halt vielleicht in einem Auge so ein bisschen Pipi, weil du denkst so, ah, wenn der Henning Stene ein bisschen besser trifft, dann geht der rein. Äh, es hat nicht sollen sein, sagt man so schön und, ähm, dementsprechend müssen wir uns dann auch damit abfinden. Ich muss auf jeden Fall sagen, dass wir im letzten Spiel das nicht gemacht haben, aber in diesem Spiel war auf jeden Fall mein Fortuna, dieses Spiel ist auf jeden Fall Dolby Ducubacchio, auch wenn Hennings da vielleicht ein paar Chancen hat, aber er kam rein und das Spiel wurde belebt, Fortuna fing an offensiv zu spielen, man kreierte mal Chancen mit Tempo aus dem Spiel heraus und nicht, der Ball war irgendwie im Aus, in der Ecke und dann statisch, irgendwie kam der Ball hin zu Hennings und der machte irgendwas raus, man hatte Explosionen, man hatte Tempo, man hatte Spielstil, das gefiel mir auf jeden Fall gut. Ja, mein Spieler des Spiels oder einer, der mir gut gefallen hat in dem Spiel, war, ähm, war Zimmermann, der, ähm, nix, der zaubert jetzt nicht unbedingt, aber der macht seine Sache souverän und, ähm, gefällt mir halt mit seiner Spielweise, mit immer mehr und immer mehr und deswegen würde ich sagen, Zimmermann ist mein Spieler des Spiels. Er ist halt gereift als Spieler, ähm, er hat eine Präsenz, ähm, er hat zugelegt, bevor er nach Fortuna kam, so ein bisschen an Muskeln, an Körpermasse und, ähm, er ist immer noch, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter rechter Verteidiger, offensiv war natürlich weniger Qualität, aber er kämpft und läuft und versucht die Bälle zu erobern, ich bin immer wieder begeistert von ihm. Hm, so, das Spiel ist abgeschlossen, ähm, gucken wir mal so ein bisschen, äh, in die Zukunft und die Zukunft ist auf jeden Fall jetzt Schalke im Pokal. Ja, Schalke, warum die ihre Stärken, man weiß es nicht, die haben eigentlich an Qualität vom letzten Jahr nicht verloren, also ist deren Stärke eigentlich McKennie, weil der ist so der Einzige, der ein bisschen Explosion und Impact im Moment bei denen aus dem Spiel heraus veranstaltet. Schwächen ist auf jeden Fall die Inkonstanz, ähm, ähm, die Abwehr ist über, das sage ich glaube ich im jedem Spiel, über Tempo auf jeden Fall zu knacken, ähm, auch wenn da jetzt ein paar, ähm, Änderungen drin sind, äh, seit einiger Zeit, aber wenn er mit einer Fünferkette oder Dreierkette spielt, sind die dann immer noch über Tempo zu knacken. Sané ist nicht der Schnellste und, ähm, da kann man die auf jeden Fall knacken, auch über die Außenverteidiger, kann man da Lücken reißen, vor allem wenn Caligiuri, äh, Linksverteidiger spielt, ist der immer sehr weit vorne, der kann auch Rechtsverteidiger spielen, ist auch immer sehr weit vorne, und, äh, da kann man sich auf jeden Fall, äh, auf einen Pokalknaller freuen. Ich hoffe mal, dass beide Mannschaften, ähm, sich nichts schenken werden, dass man sich zu so einem Ligaspiel verkommt, wo Schalke erstmal abwartet mit der Fünferkette und wir auch nur langsam, äh, strukturierten Fußball spielen, ansonsten wird das nämlich eine ganz, 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 ganz einödige Partie. Als wir die Auslösung gegen Schalke bekommen haben, hatte ich ein bisschen Sorge, weil ich dachte, oh, das ist ein ganz schweres Los, weil ich dachte, dass Schalke in der Liga sich noch, äh, festigt und auf jeden Fall um Europa mitspielen wird, aber mittlerweile, ähm, ist ja, ist ja Schalke nur ein paar Plätze vor Fortuna. Ja, ich würde sagen, da ist auf jeden Fall was drin und vielleicht kommt man dann auf Schalke sogar weiter, das wäre dann natürlich überragend. Und, ähm, ja, mein Tipp ist ein, ist ein 2-1 für Fortuna. Ich tippe mal auf 1-2-0, ähm, in der Hoffnung, dass Friedhelm Funkel doch mal, ähm, vielleicht dann doch, äh, Raman Kovnacki Kovnacki Raman Kovnacki und Luke Bakio auspackt und dann einfach versucht, diese Fünferkette mit Druck und Tempo einfach zu zerspielen. Du kannst ja in der zweiten Zeit immer noch umstellen, nimm vielleicht Duckspring oder Hennings, die ein bisschen mehr Stabilität, ein bisschen mehr Zentrale bringen, ein bisschen mehr Ruhe ins Spiel bringen, das Spiel strukturierter machen. Aber wenn du gegen Schalke nicht mit Tempo und Druck beginnst, ich würde sagen, wir müssten so spielen wie Leipzig gegen uns, dann können wir Schalke in den ersten 20 Minuten auf jeden Fall ein Tor einschicken und knacken und danach haben die keinen Bock mehr. Egal. Gehen wir weiter, äh, es geht dann gegen Stuttgart an dem Wochenende danach, wenn wir da keine 3 Punkte holen, dann, ähm, ja, ich will nicht alles schwarz mal sagen, dann streiken wir halt ab, aber wenn wir gegen Stuttgart keine 3 Punkte holen, so wie die momentan drauf sind, dann ist halt irgendwie, keine Ahnung, da musst du dich auch Friedhelm Funkel kritisieren lassen. Ja, in der Hinrunde war Stuttgart mit Abstand der schlechteste Gegner, gegen den wir gespielt haben, das ist eigentlich richtig traurig, dass man da nur 0-0 gespielt hat und nicht einfach 2-3-0 oder 4-0 sogar gewonnen hat. Ja, aber jetzt sind die nur der zweitschlechteste Gegner, weil gegen den schlechtesten Hannover haben wir ja jetzt, äh, gewonnen, obwohl Hannover war so schlecht gar nicht jetzt. Ja, gegen, im Gegensatz zu Stuttgart war Hannover Champions League, also ganz ehrlich, ganz ehrlich, Stuttgart hat in der Hinrunde gegen Fortuna nichts auf den Platz gekriegt. Aber unter neuem Trainer trotzdem die Packung Kassi gegen Leipzig. Gegen Stuttgart muss man eigentlich gewinnen, weil, oder, sag mal so, wenn man gegen Stuttgart gewinnt, dann kann man wieder einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen und eigentlich muss man gegen die gewinnen. 2-0. Und, ähm, ja, wenn, mein Tipp ist, ist ein 3-1. 2-0. Ja, okay, 3-0 ist mein Tipp. Und, ähm. Der Rensing hat mal eine weiße Weste. Ich gönne ihm das. Ja, ich, ich würde es ihm auch gönnen. Oder meinst du, der Drop nicht spielt? Ne, ich glaube nicht, dass der Drop nicht spielt. Hast du denn, äh, irgendwie, einen Volltreffer in dieser Woche gehabt? Mein Volltreffer der Woche ist auf jeden Fall David Klawnacki und, äh, damit nicht, ich will nicht sagen, das größte polnische Dent verpflichtet, weil dann, man baust den Druck halt zu groß auf, aber einen der besseren, äh, besten polnischen Talente, die es da mal momentan auf dem Markt gibt. Wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist auf jeden Fall einer, der eigentlich zu gut für Fortuna ist und auf dem Papier eigentlich mit, mit Abstand der beste Spieler im Fortuna-Kader und er muss halt jetzt auf den Platz bringen noch. Ja, und mein, mein Volltreffer ist der neue Fangesang. Den finde ich überragend, denn so, der so an das Isländische angelehnt ist und ich finde es cool und, ähm, den hat man jetzt auch gegen, gegen Hoffenheim schön im Fernseher gehört. Ja, aber das macht doch eigentlich jeder. Ich kann mich an Stuttgart erinnern, die kommen, die gehen ja auch in ihre Kurve. Ja, aber das ist ja was anderes. Das wird ja nicht immer schneller, sondern das ist einfach nur so ein Und die Kurve dann Nee, ich finde es super. Also das ist, das ist mal so ein so ein Schlachtruf und nicht so, so dieses Wo ist denn das? Gute alte kniet nieder, ihr Bauern, die Hauptstadt ist sogar hingekommen. Ja, das ist ja, das ist ja einfach nur ein lustiger Fan. Das ist ja kein Gesang, der, sag ich mal, die Spieler auf dem Feld motiviert oder so. Deswegen, deswegen mag ich das, äh, den Fortuna Klatscher Dingsi. Trotzdem kniet nieder, ihr Bauern. Ja, das natürlich immer. Ja, deswegen mein, mein Volltreffer ist halt der neue Fangesang. Ja, keine Ahnung, gibt's Fail dieser Woche außer Michael Rensing irgendwie? Wir sprechen ja meistens über zwei Wochen, weil wir ja nicht jede Woche immer aufnehmen. Ist Michael Rensing unser Fail oder ist halt unser Fail dieser ganze Facebook-Gegenwind gegen Lutz Funstiel und Friedhelm Funkel, obwohl Funstiel ja eigentlich gar nichts dafür kann, dass Schäfer und Funkel sich in die Haare gekommen haben, Funkel aber clever genug war, eine Träne rauszudrücken bei der PK, die keiner aufgenommen hat, um sich dann bei den Fans gut hinzustellen. Ich hab keine Ahnung, ich hab diese Woche eigentlich kein Fail, außer dass du vielleicht zwei oder andere Talent einfach abgibst, ohne dem selbst mal eine Chance zu geben, aber ich hab keine Ahnung von Fußball. Ja, das ist so, einerseits ist halt das Fail, dass man den Talenten in der ersten Mannschaft nicht die Chance gibt und ja, andererseits sind eigentlich die ersten 15 Minuten gegen Leipzig ein riesiger Fail gewesen und ja, damit kann man es dann eigentlich auch belassen. Würde ich sagen, sind wir noch am Ende, ich grüße einmal den Sebastian, Shoutout to you und dann grüße ich halt einfach mal alle Leute, die bei uns in der Wege fuhren. 95 Gruppe sind, danke für euren Support, danke auch an PJ, der sich für uns eingesetzt hat, für ein paar Dinge, du weißt Bescheid, vielen Dank. Teilt uns, liked uns, liebt uns, empfiehlt uns weiter, das würde uns super freuen, super helfen, wie ihr diesen Podcast toll findet, gibt eine 5-Stelle bei iTunes, die hilft uns super sehr, vielleicht noch mehr Fortuna-Fans für dieses Fan-Projekt hier zu finalisieren, weil es gibt noch zwei andere Radiosender und eine komische Zeitung, die keiner braucht, die eher hetzt, als der Fortuna weiterhilft, deswegen empfiehlt uns und, warum sagst du? Ja, weil ich gefühlt in jeder Folge über Rensing hetze und, wir hetzen ja nicht über Michael Rensing, sondern, wir kritisieren ihn für die Art, die er spielt, klar, er hat sich irgendwie festgefahren, er ist glaube ich 33, 34 Jahre alt, der Ron wird sich nicht mehr ändern, der wird nicht mehr, der Schmidt spielt, den Tor, was in der rausläuft, der lange Pässe flach spielt, so Dinge sind das, für mich ist das einfach nur Kritik, die kannst du entweder annehmen oder du findest dich scheiße, aber es ist halt nicht dieses einfache Bashing, weil einfach nichts drauf hat, ich habe heute ein bisschen Bozak gebashed, vielleicht ein bisschen zu Unrecht, aber ich habe auch keine Ahnung, Fortuna spielt gut und Friedrich Funkel weiß, was er tut, natürlich für mich auf der einen Seite, dass junge Spieler eingebaut werden, gute Talente, die verlassen uns jetzt oder werden verliehen, obwohl du das Gefühl hast, ey, der war eigentlich in der zweiten Liga oder in den Spielen, die ich so von dem gesehen habe, eigentlich gut, warum schafft der irgendwie den Sprung nicht in die Zwurge, es wird am Friedrich im Funkel wahrscheinlich liegen, ich habe keine Ahnung, ich kann mich nur bei euch bedanken, dass ihr uns so treu unterstützt, ich weiß gar nicht, seit 57 Folgen sind wir jetzt schon mit dabei, wir haben auf unserem Kanal ein paar Dinge mehr, altes Zeug, wenn ihr Interesse am Fußball habt, guckt da gerne mal rein, so, jetzt habe ich wieder Monolog gehalten am Ende, Micha. Ja, wie so oft. Und vollkommen oft, normalerweise rastest du am Ende nochmal richtig aus, wie gesagt, der Schiri, der Schiri, der hat überhaupt keine Linie gehabt in dem Spiel und, aber der war halt, sage ich mal, für beide Mannschaften gleichmächliche Scheiße. Ich vermisse deinen, deine komische Hassliste, wo ist die eigentlich hin? Die steht ganz oben im Skript, ich kann ja auch sagen, wer draufsteht, Heidenheim, Lasse Koslowski, und Giulio Donati, ja, das ist meine Hate-Liste. Theoretisch könnte ich da auch noch den Conte draufpacken, der dann die Fortuna-Fans bepöbelt hat nach seinem Tor, aber dann, wir sind auch genug Becher aufs Spielfeld geflogen, wo es dann wieder heißt, die asozialen Fußballfans, aber wenn er die provoziert. Denkt immer dran, Fußballfans sind keine Verbrecher, die Arschloch-Kurte. Außer die, die Verbrecher sind. Aber die sind dann Verbrecher und Fußballfans und nicht Verbrecher, weil sie Fußballfans sind. Arschloch-Menschen gibt es überall, Abspruch-Kurte geht grundsätzlich bei 80%, habe ich von meinem Arbeitskollegen gehört. Ich würde behaupten, bei unserem Podcast 50%, ich bin es nicht. Danke. Ich habe nicht gesagt, dass du es bist, ich habe nur gesagt, ich bin es nicht. Ja, du willst doch unsere Hörer nicht beleidigen, Micha. Ich meine ja, die, die den produzieren, nicht die, die den hören. Die, die den hören, sind zu 100% astreine Sportsmänner und haben ein absolut reines Gewissen. Genau, wir verabschieden uns jetzt. Wir verabschieden uns jetzt. Ich sende nochmal einen extra speziellen Gruß an die drei Leute, die unser letztes Video gedisliked haben. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben jetzt ein bisschen überzogen. Sorry, hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt. Auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ein guter Kick in die Runde. Dass du einfach diesen Leiter reingehauen hast. Unglaublich. Das hören die Leute nicht, weil ich das rausgeschnitten habe. Lass sie noch drin, das ist irgendwie cool. Ciao.